ja guten tag und herzlich willkommen zurück zu machen ich bin mit dem mario master und ich bin dann die rolle es geht weiter wir sind im lachdorf ja unsere aufgabe ist es gar nicht vom gipfel zu holen wollen wir das mal machen lassen mal losgehen okay denn und wie geht es euch so habt ihr irgendwas vor heute also wir haben jetzt vor in berge zu gehen und wer und berg gibt es zu besteigen und gar nicht das entgegen ich bin gesprungen und das war das ist ein wenig ist das nicht gut leider gibt man dann kümmern böse der ich an grinsen dann das war bei maria sprengen wir haben es geschafft wenn wir gut alle ist eine bohle gewesen wie nie ist glaube ich nur und irgendwie so ein runder hut woher weißt du das genauso wie im superman 3d wordless day als behandtaschen aufgesagt haben von marken die bin ich überhaupt nicht kennen sollten ich mache 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 ich warum kennen wir das weil ich habe irgendwie ins geheimnis sammlung von taschen genau wer weiß ich denke immer du bist mir auf den hintern klappen wenn er so anstrengend so muss ja mal anschauen wenn ich mal hier springt habe ich schon getan dein erster kritz glaube ich ja ich wollte ihn sagen gesichtsam macht er ist nicht hingefallen man ja wie kann es wagen um auf drei ich mache fünf schaden ja wir haben da hat er bekommen das war doch mal schon alle echt items und karte von zwei bohnen eine grüne bohne zum mischen was ich auch nicht so mal was fällt dir eigentlich ein oh mein gott wissen was das im hintergrund ist ja warum sieht das so aus ja klar ist ja klar der böser die aus sie will uns doch alles umbringen dieses gesicht schon drücken ich habe doch gedrückt ich gehe dann kann ich nicht gehen ich kann nicht ohne wahlung wir werden nur gar nicht für wir besprungen büte abenteurer sind wir abenteurer aber da sind noch gegner so ist es war gut das war gar nicht so schlecht wenn er weit weg steht da habe ich glaube ich auch schon so bemerkt genau das war bin ich ja jetzt einfach zero ohne alles luigi blammiere dich nicht ich glaube der typ brennt hallo geht es ihnen gut glaube es brennen wo wir trinken ja da ist kein wasser das ist so eine kleine futze das reicht aber nicht um fett zu werden war der was stand auf dem schild lachberg brunnen achten kein trinkwasser Oh Gott. Oh mein Gott. Da werden wir getöst. Werbe sieht sehr tot aus. Ja. Das ist ein Wirbelwind erschienen. Oh Gott. Zero. Nochmal. Start. Let's go. Das ist echt sehr viel schwieriger. Ja. Wenn man irgendwie nicht selber so zu zweit spielt. Glaubt man da wahrscheinlich. Aber das ist sehr viel schwieriger als in Aussicht. Ich hab's nie auf zwei Spiele gespielt. Es ist wirklich viel schwieriger als ihr denkt. Versucht einfach mal selbst an. Alle die die dieses Spiel kennen. Schnappt euch einen Freund. Und spielt das mal selbst. Dann wisst ihr wie schwierig das ist. Und überhaupt Sachen irgendwann kaufen auch. Ja. Dann sehe ich irgendwie noch keinen Sinn für die Münzen. Immer einmal. nochmal. Soll ich. Ah. Du bist. Oh. Das kommt von da rein. Das ist. Das gehe ich da. Komm. Die töten geht's. Und wir töten. Wir haben nämlich. Die flutten. Das war. Das war. Meinen Tag. Das war. Wie. Da kamen. Das war. Wenn es war der untere. Der drückt. So. Die war. ��ge ein. Das war. üben ich bin ja level 6 ich hätte gerne mehr angriff das ist ja mega ich merke schon daher dass ich richtig Power habe yeah I got the power oh god das sind zwei von denen ich töte sie jetzt bis sie tot sind hast du gesehen wie er seinen kopf gewirbelt hat ich habe auf meiner attacke jetzt ein extra kommando das war mir auch deswegen so wichtig brüder punkte und zwar bloß nicht schlecht wir sind einfach die super brüder schluck 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 leute guckt mich nicht so an normalerweise nicht das ist sehr effektiv das ist jetzt das Windhose ein warte mal hier pass mal auf trink du mal muss raus kotzen ja du bist kein erfahrener Trinker nein rechts rechts du musst drücken ich drücke immer schon vorher rechts ist hier ok wir müssen hier runter ja boah er kommt auf uns zu er kommt direkt auf uns zu jetzt muss ich aber erstmal rausfinden wie war nochmal das extra kommando ah ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr wie das extra kommando war war ich muss nochmal auf drei warte mal erst ich dann du oder dich genau vorbei warte warte wie war das extra kommando ich weiß wie es geht jetzt muss ich zwei mal atmen und dann du einmal B pass auf und ah da hättest du B einsetzen müssen ja hab ich aber zu früh oder zu spät hast du zu früh gemacht ich bin auf die Knochen drücken oh no ah ich bin ihm gefallen das hat echt fehlgetan 6 au au das hat echt fehlgetan so ich kann sogar noch einmal ja aber nur auf drei warte mal am zu früh ich glaub ich brauch gleich mal einen Pilz nur für dich mein Bruder aber ich könnte jetzt Sirup gebrauchen ja ich hab seinen Kopf getötet ja ich hab seinen Kopf getötet was will sie dagegen tun ich weiß was wir machen müssen wir müssen zurück vor allem müssen wir erstmal wechseln let's go let's go ach ach ich bin voll so voll soffene ach da war mal wieder ein langer Abend ja mein Bruder das ist eigentlich so von der Seite irgendwie so drücken von oben aus doch das ist oder du 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 Versuchen wir mal, da auf die Klappe hinzuladen. Dann müssen wir mal so... Oh Gott. Ne, oh nein! Nein! Da schau mal da mal da! Warte, komm, den töten wir! Schnappen wir ihn uns! Der muss uns dran glauben! Den schnappen wir auch. Genau. Wieder mit extra Kommando. Warte mal da. Schnappen wir. Oh Gott. Oh. Oh. Steht. Sehr gut. Zurück. Boah. Der wird nur auf dich rufen. Schnappen wir auch. Ja, hier. Bitte. Ist doch noch mein Bruder und Dinge wie auch. Level. Kapopo. So. Ich, du, ich. Ja. Der letzte kriegen wir ja irgendwie nicht hin. Also ich nicht. So. Da haben wir es geschafft. Ah. Gut. Jetzt tötet ihn bis zum Todes. Boah. Wir können jetzt noch mal versuchen, diese Box hier zu holen. Boah. Na, sollen wir das tun? Wo sind wir denn eigentlich? Ach so, wir sind wieder da. Okay, dann müssen wir also noch mal den ganzen Blick zurück. Boah. Oh, es wird auch springen. Oh, okay. Uhhh. Uhhh. Oh Miha, wir müssen den Tod da haben, wir müssen. Fix ihn. Mip zuh. Oop. oh nein wir kriegen das hin wir kriegen das hin wir haben einen blöden Bogen hier fliegen ja wir kriegen das hin ist noch ein paar? ok ja warte mal ja sowieso, wir kriegen das hin Pelz war zurück? ja einfach runter war rechts nichts? rechts war ganz rechts war rechts ne da ist nichts ich meine da ist nichts da ist doch gar nichts so let's go war schon wieder einer dieser nächte ja das war wieder einer dieser tage wo ich mich frage warum habe ich so viel gesoffen da ist ein Gegner da sind uns töten wir töten tötet 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 ich nehme mal ein Zeichen wenn du mir das geben musst das ist der Witz dabei ich drück mir aber zu früh du drückst zu früh der drückst du den ausschalten war ich zu früh war ich zu früh war ich zu früh aber er guckt auf dich er läuft doch mich kann das man machen ich nehme mal wieder dazu zu kommando und yeah das war verdammt stylisch auch wenn ich den letzten der letzte knopfe aber so ein bisschen vorsprung kann man mal berater und wo ok das ist eine blöde stelle vorfeldstrahler es ist ein bus aber dafür müssen wir erst mal machen wir haben schon zwei stunden gespielt wir müssen hier den typen ansprechen in der mitte seit den tagen der hd wachricht der felsstrahler in diesen bergen über diesen fahrt der weg zum gipfel ist steil nur wer meine prüfung besteht mag diesen weg beschreiben ok was müssen wir tun seid ihr bereit für die prüfung damit in drei sekunden 10 aha sphären aus der luft aber hütet euch denn wenn ihr den boden berührt dann habt ihr verloren ob gott mit dem spiel gesprungen da wird auch immer schief gehen wir müssen wir sehen prüfung gestanden war sehr viel schläger als gedacht sehr gut euer nächster gegner bin ich ok so los geht's denn wir haben wir schon wieder einen bus kam ja stehen wir nicht hier meinen weg pfeiler los da kann sie nicht verstecken wir müssen erst die pfeiler zerstören bevor wir die angreifen also der pfeiler hat er uns nicht an hey noch extra 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 da war ich einfach ein pfeiler produziert er steht mir immer im weg jetzt verspürt mit dem glück auf die sonne das geht es ja noch der pfeiler steht der zu drücken ist wie ich stehe mit dem toll 213 222 er hat die prüfung gestanden und stellt euch euren neuen abenteuer an und jetzt geht weg und jetzt gehe ich weg der war gerade irgendwo links kommen wir denn da wir kommen da hoch sie haben nicht so hoch aus Auf der anderen Seite war auch noch ein Item. Oh. Zero! Zero! Ich will gleich mal rein pfeifen. Oh, du kannst mir noch mal rein pfeifen. Wir wurden geheilt. Oh, sehr gut. Das ist nicht immer sozial vor dem Spiel. Gehen wir mal weiter hoch. Yeah, ich bin doch aufgesprungen. Kennen Sie die noch? Ja. Ich bin nur Rex. Weiße, das Kommissar Rex. Ja. Oh, man muss sich da drücken. Vom Aufprall. Ja. Ja, ich denke, ich tue die ganze Zeit, wenn man da oben sitze. Ja. Ja. Du bist ja besiegen. Das ist ja nicht schön. Ja, das 2 0 2 1 2 0. Alter, du kriegst nicht gute Werte. Ja, aber verteidigung. Verteidigung mit Tinky Würst. Ja. Tinky. Nicht, dass du Tasty wirst. Denkst war irgendwas. Nix oder was. Nix. Block. Ich mag. Kerl. Da hab's auch. Der nächste Speicher. Komm mal an, glaub ich. Dann schnell. Ich hab's ja auch keinen Kommando gegeben. Wie spät. Ah, Mann. so wenig geachtet was sie noch nicht von den rex um warum hat man tötet bis er tot ist man muss drei viermal hintereinander machen ohne fehler ja niemals also du willst auch der extra kommen wir haben natürlich eine rolle spielt muss ich alles haben also da muss man da kommt also okay ist das dinge nach ich weiß wie wir dahin kommen die erde bete als er auf dem boden ich sitze ein naja das ist sehr effektiv mario selbst tut mein name ist nicht mein name ist nicht direkt das war ein SMG vor mein name ist dort einfach noch mal schock dieses kill nein was hoher sprung doch ich meine wirklich nur jetzt noch genau sein wir sind noch nicht die treppe wir müssen springen unsere knochen zu halten nicht so wie bei mir ich trinke auch keine milch wahrscheinlich meine knochen voll im arsch ich trinke voll viel nicht moment mal warum steuer ich bin ich es tut mir leid ist so verwirrend start b b jetzt nach rechts was zum bilder ganz nach rechts krise kann also schwerer diesen berg hoch zu gehen aus uns werden keine bergsteiger wechsel moment jetzt jetzt ich glaube wir müssen von da aus mehr bringt gar nichts ist egal so recht ich drücke nach rechts wir kommen da schon hoch freunde gibt uns noch nicht auf wir müssen ein paar stunden ja wir sind gleich oben rechts ich habe nur nach rechts gedrückt okay wisst ihr was ich sage euch jetzt was für diesen moment steuere ich kurz alleine ich steuere kurz allein also kannst du nicht weiter gehen ich habe nichts getötet hast du das gesehen da habe ich den jetzt das war ein gutes töten aber die weh die zahlen ich tue ich weh ich tue extra nein hast du gesehen die platte ist alles da könnte jetzt lecker ja schmeckte wie ein ganzer baum bauen wir sie ob zurück so wir sind auch fast am gipfel wir sind noch nicht ganz aber wir sind fast und du musst hat und ich muss bedrücken der urge hat also ich soll wieder wieder laufen wir müssen darüber so haben sie mir die gegner töten da sind noch so viele wir laufen noch nicht weg du willst du denn was ist der extra kommando am letzten hundert wenn ich ich meine ich weiß nicht warum es so ist also in der neu auflage dann wird der plan kommen mei ich zumindest und das noch ein ap oh shit und selber pilz fressen am ok beim nächsten level up erhöhe ich erstmal hp aua warum geht ihr denn an auf mich was habe ich euch getan ok ich habe mich alle quachen voll umgebracht aber trotzdem kein extra kommando war noch knapp 2-0 ok ja jetzt immer wieder im bübelwind vor und zurück dann sagen wir jetzt habe ich so gesagt ja nicht mehr den schrumpf wechseln nach oben oder immer links und rechts erst dann rechts und dann wieder links in die wirbelwind rein und noch mal weiter man soll jetzt nach rechts aber da ist eine buchse ich will die wagen ich will die farben außerdem warum drückst du B entschuldigung sind aufeinander gestapelt was machst du jetzt ja willst du davon ein Bestauf geben ja natürlich darf er nein hast du B gedrückt ja ich B gedrückt warum drückst du B geh weg von mir geh weg von mir ich geh keine lust so Bini ist da rechts ist auch da geil hurra huiii so Moment du steuerst jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück ja wir müssen zurück ja 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 nicht noch zu drücken was denn jetzt er will eine wirbelwind wenn es so einfach wechseln können und dann den hohen spiel einsetzen können ja wer steuert den wirbelwind du oder ich ich steuere den wirbelwind na 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 da 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 wir machen dass du ich steuer jetzt uns durch dieses gebiet hier gehen wir auch noch einen klaren trotzdem tun zu sagen ich war da ich spreche ich bin ja so viel schneller wenn das eine versuche so und hier hoch und wir müssten jetzt oben sein ja wir sind oben gut so ein speicherpunkt ist das ist schloss boni ja sie mir aus wie da ist die eiler die da ist ein tempel der wassertentel seiten ist noch was da ist noch irgendetwas so nach diesen ganzen strapazen hier haben wir eigentlich einen speicherpunkt und ich sage tschüss bis zur nächsten folge ja mal wie lange haben wir jetzt gebraucht bis zum nächsten speicherpunkt und zwar genau 98 minuten wir haben jetzt gerade 18 minuten gespielt okay tschüss bis zur nächsten folge bye